servus und hallo zu forsa horizon 4 in der letzten folge da ist leider der abspann schocklaufen um andere scharfen überfahren ganz klar aber es ist ja nur nebensächtlich ganz klein scharf serpentinen doch noch nicht was kommt hier hier kommt irgendwas eine kamera 173 400 metern scharf links abbiegen jetzt kommen die serpentinen hier kann ich einfach abspürzen das finde ich nö das finde ich nö ich könnte ja auch am geländebagger wegschwing scharf links abbiegen nö kann ich mich gern haben da kann man nicht nur hinfahren sondern bei nächster gelegenheit wenn nö nö das ist nö nö die nö nö Ja, berechne du mal. Hier wäre das Haus irgendwo. Die Scheune. Keine Ahnung. Können wir da mal anders mal drum? Irgendwann. An die Straße. Hier. Okay. Ausnahmsweise tun wir das, was du möchtest. So. Weiter geht's. Du hast dein Ziel erreicht. Ach, ich hab mein Ziel perfil. Siehst du. LB1? Was ist da? Das ist das Aktivitätsfenster. Hier findest du Veranstaltungen und Aktivitäten und kannst Ihnen und anderen Fahrern beitreten. Nö, das will ich aber nicht. Warum zeigt er mir das an? Wollte ich nicht. Irgendwann muss nur Multiclayer Modus oder so aktiviert sein. So. Okay. Was ist das für eine Art Rennen? Das ist das für eine Runde. Stanz oder Runde? Stanz. Gut. Ich glaube, das ist sogar der korrekte Ausdruck für die Art von Rennen. Es gibt keine Absicht. Jetzt macht die Leute hier glatt. Ich habe eine Tribüne gefunden. Und ich bin letzter, zwölfter, egal, also nicht, hier unten war dann die scharfe Kurve gleich. So, ich gebe mal eine lange Gerade, die wir natürlich platt machen können. Den Wagen nicht umsonst aufgenutzt. Vielleicht zollt ihr ab und zu doch mal auf die Karte schauen, dass die Ö... Boah, sieht das gut aus. Äh, muss das so? Dass die Brücke irgendwie unter Wasser steht? Wenn ich die Hälfte habe, irgendwie muss ich das so tun. Ja. Jetzt mit Concentration... ...mischen. Ach, die Leute platt hier. Die Brücke, eine Straße. ...mischen... ...mischen. Oh, sie brauchen das Ziel. Du willst jetzt weiter werden? Oh, perfekt, perfekt, perfekt. Nein, 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 nein! Ich will den Sprung nicht zurück. Ab hier. Sehr gut. Sehr gut. So. Hat sie was Neues auf der Karte ergeben? Damit sind wir bei den zwölf besten Straßenfahrern des Festivals, die allesamt um den Meistertitel für das Straßenrennen bei Horizon kämpfen. Das ist der Kolossus. Bist du bereit? Okay. Kolossus. Auch wenn es eine kurze Folge wird, beendet die Folge gleich. Aber wir fahren da natürlich noch hin. Wo bin ich denn überhaupt? Das wollte ich jetzt eh nicht. Weltkarte. Kolossus. Okay, die Markierung ist gesetzt. Muss ich hier wieder Autobahn fahren? Nein, keine Autobahn. Aber ich kann Autobahn fahren. Das bietet es sogar sehr an. Ich setze, ja, nachdem die Folge, nachdem ich die beende, fahr jetzt mal hier hin. Ich wollte der Wegmarkierung setzen. Wegmarkierung hier hinten setzen. Perfekt. Und das ist dann auch der Zeitpunkt, wo wir das Auto wechseln. Und dann fahren wir noch ein Stück Autobahn mit unserer mega schnellen Karre. Pfeifen, wo wir das Auto wechseln. Wir schauen jetzt an welchem Baum das wir hängen bleiben. Ich muss gar nicht haben. Es ist der. Okay. Das ist auch ein neues Rennen. Moment, Moment, Moment. Moment. Playkarte. Den Kolossus fahren wir dann natürlich nicht. Dann fahren wir in dieser Runde noch das hier. Nein, wir wenden nicht. Wir fahren einfach zurück. Du hast dein Ziel erreicht. Gut. Dann gibt es doch noch den Kolossus. Den fahren wir natürlich, jetzt wenn wir alle Straßenrennen haben. Ich wusste gar nicht, warum der jetzt schon aktiviert wird. Radio schalten wir mal wieder ein. Start komplett verkackt. Ich habe nicht gesagt, doch das dann zur Rennung. Einfach mal zur Seite mit euch. Hier bremsen sie schon wieder alle. Wer brems verliert, oder wer gegen Werkplan begonnen hat. Oder wie in Bäume. Okay. Ihr könnt zurückspulen. Veranstaltung neu starten. Die hat ja schon scheiße angekommen. Skip Radio. Da vorne bremsen sie wieder alle in der Linzkurve. Ich habe da nicht jetzt einfach mal Vollgas rein. Ich habe mich schon wieder abtreibend gesehen. Checkpoint versäumt. Deswegen zurückspulen. Das war der Scheiße. Ich bin fünfter. Fünfter geht gar nicht. Aber ich habe nur ein bisschen Zeit. Über 60 Euro. Ja, mehr wie 60. Warum komme ich die nicht gebacken? Wie geht es denn jetzt? Ja, woher gehen? Woher gehen? Woher gehen? Woher gehen? Ja, woher gehen? Ja, ich habe ja. Okay. Hier nichts mehr bremsen. Ja, da fahren wir vielleicht doch ein bisschen. Hier ist ein bisschen. Fagat Serpentine oder so. Nett abheben Auto. Hätte man bestimmt nicht wunderbar durchtriffen können. Wenn man das ordentlich könnte. Da die letzten 10%. Vollgas. Aufbleiben. Jawoll. So, jetzt fahren wir mal ganz gemütlich. Ganz gemütlich zu der Autobahn. Dann fahren wir hier hin, hier hin. Und nach der Autobahn, kurz vorm Kolossus. Kolossus ist hier. Die komplette Autobahn fahren wir jetzt durch. Ja, rechts, rechts, links, fertig. Rechts, links Auto wechseln. Auf dieser Straße bleiben. Auf dieser Straße bleiben. Wir fahren jetzt eine ganz gemütliche. Ein bisschen. Jetzt wird es vielleicht unter Umständen ein bisschen eine längere Folge. Aber so ein bisschen Autobahnraserei muss schon sein. Hier ist ein Schild. Das nehmen wir unterwegs natürlich mit. Er ist unter der Brücke. Okay. Hier aber in der Mitte drüber ist noch eins, oder? Genau in der Mitte von dem Bild. Da wird mitgenommen. So. Ich bin jetzt schon auf der Autobahn. Ich bin dran vorbeigefahren. Oh, das war nicht so gut. Nichts kann er. Nicht immer die Autobahn findet er. So. 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 Hier geht der Spaß los. Ich muss Auto wechseln. Ja, wir fahren mit ihm hier. Er rennen würde mit dem nie, also vorerst noch nie fahren. Vielleicht später. Haben wir ja. Habe geschenkt bekommen. Ich weiß. Aber hier Autobahn. Das muss sein. Wir fahren jetzt mal die komplette Autobahn durch. Bis unten. Mit dieser Karre. Das macht schon mega fahren. Da drüber. Ja. Kannst du ein bisschen Gas geben bitte. Das ist die ultimative Karre ist das. 330. Nicht mehr. Ein bisschen Fahrt. Gibt mal ordentlich Gas. Zuh. Scheiße. Zuh. Zuh. dragging. DoIDEN. DoIDEN. Liebe. Hier habe ich gelogen. Oh, Autobahn zu Ende. So, wo bin ich denn jetzt gelandet? In die Kurzformschild. Das nehmen wir damit die letzte Amtshandlung in dieser Folge. So, am Acker kannst du halt den Wagen gebrauchen. So. Wo ist mein schöner... ...Jeder. Einsteigen. So, wo bin ich? Wird was über das Ziel hinausgeschossen? Nein. Aber damit sage ich... Vielen Dank für's ansehen. Servus, Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal... Kolossos.